naja ich schau gerade diese nein yes oder wie die heißt ja yes irgendwie sowas aber mein hauptproblem ist einfach dass seit zwei wochen kein video mehr kam ich habe zwar heute morgen gestern morgen eins hochgeladen wir haben ja schon wieder samstag halbe wochenende schon wieder gefühlt vorbei aber leider lebe ich im moment nicht so viel da man wie an wie man an diesen riesen wäsche haufen sieht ich mal wieder die crads aber ja gut diese creme hier die habe ich vorher immer verschrieben bekommen und die war absolute trash ich sag's euch wenn euch irgendein arzt so was hier andrehen will oder gab es noch was lustiges das hat tatsächlich ganz gut geholfen dieses zeug genau wenn euch der arzt irgendwie so eine scheiße andrehen möchte sagt lieber nein nein schwein ich schau dir gleich alle rein und verlangt nach diesem bitte ich also das ist eigentlich echt ganz okay ich habe dafür jetzt fast also ein bisschen mehr jetzt 30 euro ausgegeben das ist schon der dritte tag wo ich mich behandeln und man sieht es absolut überdimensioniert gewesen da steht auch nicht drauf wie lange man das aufbehalten kann nach beendigung der therapie nenne ich das jetzt einfach mal würde schon halten ja wie gesagt das problem ist ich habe die crads und somit keine zeit um einfach neue videos zu machen und deswegen kam jetzt auch so lange nichts mehr aber ich war letztens mit dem guten timo mimo unterwegs da haben wir übrigens gut eingekauft am pionade und anderen leckeren zeug wie auch immer das kann ich ja noch im hintergrund reinschneiden und ja sonst wünsche ich und rita heißt sie glaube ich noch ein schönes wochenende und ja das soll ich noch gut gehen ich entspanne mich erstmal und ja jetzt erstmal noch ein bisschen ach hier stimmt diese guten tabletten gab es auch noch aber die musste man in kombination mit dieser creme hier nutzen ich habe mir noch mal eine ganze tube gekauft meine hautärzte wollte eigentlich dass ich noch mal so eine tube kaufe aber ich habe mir nur eine gekauft und diese creme also wenn ihr irgendeinen ausschlag habt nimmt diese creme ja und jetzt muskeln könnte ich ja mal wieder aufbauen das sieht mir doch schon wieder ganz anders aus wie bionade mit dem timo ja der blog geht jetzt noch weiter weil ihr gesagt habt längere videos perfekt digga jure das video wird jetzt gelb wegen dem scheiß digga aber ich habe die amputation abgeklebt ja hier gibt es noch fette gewinne also hier falls ihr bei meggis irgendwas gewinnen wollt ne wir lösen den code auf gar keinen fall jetzt schon ein ich bin dran eine fünf einer deiner mit matrosen war ein böser pirat schick ihn in den bau ab geht's ins gefängnis für sie und 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 ARD Text im Auftrag von Funk